Grüß dich und willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich wieder eine kleine Geschichte für dich und zwar aus meiner Zeit als Kioskbetreiber. Heute gehst du um einen Umfang mit einem 44 Tonnen schweren Monster und es ist kein LKW. Und vorweg, ich habe diesmal wieder Fotos und Videomaterial dabei. Und hier kommt die Story. Also was ist passiert? Am 28. März 2023 saß ich wie immer in meinem kleinen Lädchen. Ich chillte ein bisschen auf YouTube rum, um ein paar neue Sachen zu lernen. Als plötzlich ein lautes Donnern und ein heftiges Beben durch den ganzen Laden ging. Als ich dann aufstand und zum Schaufenster ging, staunte ich echt nicht schlecht. Denn das Donnern und Beben schien von der Straßenbahn ausgelöst worden zu sein. Aber was war passiert? Aber erstmal zum Aufbau der Straße, damit man besser versteht, was genau passiert ist und wie das passiert ist. Wir haben hier eine T-Kreuzung für die Autos und für die Straßenbahn. Hier war der Kiosk, wo jetzt aber die Automaten stehen. Von hier kommt die Bahn. Hier sehen wir im Video übrigens auch ein Auto, das nach links abbiegen will und die Ampel schaltete kurz davor auf grün. Der oder die Insassen von dem Fahrzeug haben extrem großes Glück. Nur einige Sekunden eher und die Bahn hätte dieses Fahrzeug erwischt. Ich blende das Video jetzt ein und dann schauen wir mal, was genau passiert ist. Ich blende das Video jetzt ein und dann schauen wir mal, was genau passiert ist. Wie es scheint, war die Weiche nach rechts gestellt, obwohl die Straßenbahn geradeaus wollte. Was dazu führte, dass aufgrund der hohen Geschwindigkeit die Straßenbahn aus den Gleisen flog. Man sieht auch deutliche Spuren auf der Straße, die dort hinterlassen wurden. Man kann es zwar nur sehr schwer erkennen, aber die Ampel für den Linksabbieger schaltete nur einige Sekunden vor dem Unfall auf grün. Die Insassen haben echt Glück gehabt. Es gab wohl glücklicherweise nur zwei Leichtverletzte in der Straßenbahn. Die Straßenbahn an sich sah auch noch ziemlich gut aus. Das Einzige, was nicht mal so gut aussah, war der Sturmabnehmer. Jetzt fragst du dich natürlich, was mit der Straßenbahn passiert ist. Man kann hier ganz gut erkennen, dass die Straßenbahn mit diesen Teilen hier angehoben wurde. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Und damit wurde die Straßenbahn wieder auf sich hingesetzt. Ich glaube, das hat damals zwei Tage gedauert. Übrigens gab es an derselben T-Kreuzung noch drei weitere Umfälle, die ich mitbekommen habe. Und zwar wollten zweimal Autofahrer links abbiegen, also wenden, was ja an diesem Punkt auf jeden Fall verboten ist. Und wurden von der Bahn erwischt. Also ganz ehrlich, wenn man schon sowas macht und das ist eh nicht erlaubt, dann guckt auch wenigstens ordentlich in den Rückspiegel. Ich meine, eine Bahn ist nicht wirklich leicht zu übersehen und ist auch ziemlich laut. Auf jeden Fall sehr leichtsinnig, weil ein 200 Meter weiter darf man wenden bzw. links abbiegen. Und ein weiteres Mal wird ein Autofahrer hier links abbiegen oder hier links abbiegen, aber hat irgendwie den Strommast der Bahn erwischt. Aber man muss auch sagen, dass diese Stelle hier besonders gefährlich ist. Hier kürzt die Bahn die Straße. Da ist zwar ein Vorfahrt-Gewähren-Schild, aber ich persönlich kann verstehen, wenn man das übersieht. Vor allem, wenn man als Autofahrer sowas nicht gewohnt ist. Also wenn sowas jetzt kein Alltag ist. Was lernen wir daraus? Leg dich als Autofahrer nicht mit Bahnen an. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.